Was ist falsch, Aarons, meine Liebe? Ich will nur etwas Gutes zu sehen im altmodischen Anime. Warum sie sich so übersehstumpf? Wegen Jesus! Ich kann kein Anime jetzt gucken. Hause. Alles normalerweise über Krustentiere. Aufhören, verdammt! Scherze des! Es ist Sushi. Ja! Wie soll ich Anime auf einem Sushi zu sehen? Ich bin nicht über dieses Sushi-Gespräch. Ah! Ich spreche Crunchyroll zu machen. Was? Wie jetzt funktionieren? Es ist ganz einfach. Melde dich einfach auf Crunchyroll.com, spiel Grumps, Zeichen für 30 Tage Testversion an. Das klingt wie Pistolenhandels. Ich weiß! Kann ich unbegrenzte Mengen an Anime-Mobilen-Geräten auf meinen Tablets zu sehen? Das ist eine unheimlich spezifische Menge von Dingen, aber lassen Sie mich überprüfen. Jep! Das ist erstaunlich! Ich weiß! Bitte bring mich um! Ich weiß! Ich weiß! Äh, wie viel wird dafür bezahlt dann? Acht Dollar! Wow! Gut! Das ist genug Crunchyroll. 6,95 monatliche Premium-Mitgliedschaft zu leisten. Das bedeutet, dass sie alle Animes gucken können ohne Werbung wollen, sobald sie in Japan rauskommen. Ich weiß, verdammt! Bitte aufhör mich wie Kind behandelt. Es tut mir leid, Aaron. Lass Anime zusammen genießen. Was wollen Sie sehen, wo Sie sehen können? Ganz oder gar nicht! Beutelgewand, so geil Haus und Felswand und mann Mädchen sein! Aaron, das eine oder fünf Dinge, das Sie sagen, sind alles meine Favoriten. Aber was sollten wir Spiele-Groms denn erstmal zurück zu tun zurück? Wohin Sie treten? Ja, denn... Ja, wir sind da, wenn wir in einer Anime-Stimmung sind, können wir doch genau das richtige Spiel spielen, Mensch! Ich hab's genau da! Gut, was warten wir? Dass Crunchyroll einen solchen Qualität anbieten zu stoppen? Entertainment-Erlebnis? Steilfahrt in den Traum! Dann- 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 Dann-